Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Brunntal. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wenige Kilometer vor den Toren Münchens in Brunntal hört man solche schönen Volksweisen, und zwar von der Brunntal-Stummusik. Ist das nicht schön? In der Stumms haben wir gesessen, ein wenig Brot miteinander. Ich glaube, da setzen wir jetzt einfach mal dazu. Na, Brum hört sich die Souvenir an, das hört sich schon so perfekt an. Na ja, danke schön. Bitte, bitte. So schaut raus. So, stellen wir es doch mal vor. Also, du bist die? Ich bin das Reserl. Reserl. Du bist der? Der Peter. Der Peter. Ich bin Lisa. Lisa. Und ich bin der Michi. Michi, aber der. Wie lange gibt es denn euch schon beieinander? Wer ist denn Gründungsmitglied? Fragen wir mal so. Ungefähr drei Jahre. Und darum haben wir ja noch keinen richtigen Namen gegeben. Wir haben erst drei Jahre. Aber unter dem Namen kann man sagen, Brunntaler Stummusik. War doch am einfachsten. Ja gut, hat er vorher beim Trachtenverein schon gegebende Stummusik. Da hat der Papa von dem Reserl noch mitgespielt. Und der hat eigentlich das Musikalische da in der Hand gehabt. Und leider ist der verstorben. Jetzt machen wir halt weiter. Haben wir gesagt, das ist... Das gehört. Also Musik alle von daheim mitgebracht. Also klar, der Papa, der weiß klar, dass er das Mäutel da ein Hackbrett lernt. Genau, das ist meine Schwester, weil ihr da was genauso. Hat man gemeint, gell? Aber das ist ja schön. So selbstverständlich war das aber nicht, dass man Instrument lernen darf, oder? Also, ich meine, hat nicht jeder so gesagt, du, du lernst das. Genau. Wie war das bei dir? Ja, ich wollte einfach, ich wollte einmal das gesehen, wie wir da ein Gitarre gespielt haben. Das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, das lerne ich jetzt. Und dann hat der Papa gesagt, du kriegst ein Gitarre. Aber wie, du magst nicht fertig und lernst das gescheit, hat er gesagt. Dann gibt es Ärger, gell? Du wolltest jetzt bloß wirklich am Lagerfeuer machen und die Mäutle. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist doch immer. Und dann hat alle begeistert, oder? Obwohl, bei der Lisa ist sie auch mit der Gitarre. Wolltest du am Lagerfeuer sitzen und bumm begeistern? Wie war das bei dir, Lisa? Also eigentlich wollte ich lieber Ballett lernen. Okay. Dann hat der Papa gesagt, das ist nichts gescheites. Dann hat der Papa gesagt, das ist ein ernster Instrument. Dann habe ich Gitarre gelernt und danach noch Klarinetten und Kontrabass. Naja. Das ist ein Multi-Instrumentalismus. Das ist vielleicht sogar schöner, wie Ballett tanzen, besonders im Alter. Das heißt nämlich, irgendwann mal aufhören, das Instrument bleibt da, gell? Wie ist denn das so, wenn ihr euch dann nicht trefft? Ich stelle mir das immer, daheim dann vor, allein, nimmt man dann sein Zitter an einem Freitagabend, ach, jetzt spiele ich mal eine halbe Stunde, für mich ein bisschen. Ja, ja, das machen wir schon auch und ich spiele dann auch noch in einem Zittertrium und begleite noch einen Männerviergesang und von dem her kommt man dann eigentlich schon immer zum Spielen und zum Ümer. Wir verlieren es aber dann auch nicht, wenn du so viel unterwegs bist. Ja, genau, genau. Da musst du halt immer schauen, dass du dir ein Stückerl auch wieder erlernst und einübst und so, aber das geht sich eigentlich dann immer ganz gut aus. Also ich habe mich bewundern, okay, Gott sei Dank, ihr habt Noten da. Viele spielen ja so auswendig, sagt ihr das mal im Jahr noch machen oder Noten sind schon sicher, oder? Wenn man so ein Stücklel neu lernt, da ist es natürlich besser, wenn es mit Noten, also das Lernen, einlernen kannst du es dir erleichtern, aber man spielt schon auswendig Stückle, so ist es nicht auch. Mürkt man sich das alles? Ja, alles nicht, aber auch. Also meistens liegen es ja nur da zur Sicherheit, man schaut da nicht mehr hin, aber Hauptsache es ist was da. Ja, zur Sicherheit wenigstens, gell? Und in der Abstimmung miteinander, also wer gibt den Takt an, wer zahlt an? Wir sind da ziemlich gleichwertig, also das. Du, wie sagt er jetzt so, oder? Nein, das dürfen wir alles miteinander absprechen, wie wir das, wie wir es machen können, die Dynamik, die Agoge und alles, also das dürfen wir schon miteinander absprechen. Aber miteinander eigentlich gefunden, also hat der All zum anderen gesagt, du Lisa, wir brauchen nur ein Gitar und so, oder? Wir drei haben uns ja schon gekannt. Ach so, und du durftest durch ein Casting dazu stoßen? Genau, ja, das war genau so, also ich arbeite in der gleichen Firma wie das Reserl und dann habe ich mal mitgekriegt, dass sie Hackbrett spult und dass ich im Zitter spule. Und dann haben wir uns mal so austauscht und dann hat es eben geheißen, ja, da wird dann ganz gerne so Stuhlmusik machen und dann haben wir uns einmal zusammen tun und das hat dann eigentlich so ganz gut geklappt. Casting bestanden, ja, Recall, in den Recall hineingekommen, ja, so ist das halt. Wir hören echte Musik. Dürfen wir was hören? Würdet ihr was da anspielen für uns, für die Zuschauer da drinnen und fürs Gehör? Ja, was hören wir denn? Ein Unkiner Knittelwalzer, das ist ein richtig schönes Paarerstöckl. Ich bleib da sitzen. Ja, das war's. Ich bin der zweite Teil. Ab und drei, drei, vier. Musik Musik Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Brunntal. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, wir sind immer noch bei der Brunntaler Stummusi, dessen Namen ich auch beibehalten würde, weil wenn es jetzt schon drei unterwegs ist, dann kennt man auch unter dem Namen, gell? Ja, ja, schon. Das war schon ganz gut, wenn wir den jetzt beibehalten würden. Jetzt seid ihr öffentlich bekannt. Also spätestens jetzt eine Million Zuschauer wissen jetzt, wie war es das? Wir sind jetzt gar nicht mehr zurück, gell? Nein. Wie oft trefft ihr euch denn so dann? Also für Auftritte dann im Speziellen oder mit Lust an der Freiheit? Wie es Zeit ist, Riesl? Wie es Zeit ist, wir sind alle 14 Tage eigentlich. Oft schaffen wir es leider nicht. Wer sucht denn da das Stückwerk so aus? Wer sagt, das könnten wir mal probieren, das könnten wir mal machen? Wir haben ja vom Vater, da ist noch ein Repertoire da, da suchen wir uns ein bisschen was raus. Und jetzt habe ich ja vom Zittertrieb auch noch einige Stücke da. Und da haben wir dann auch schon mal jetzt das eine oder andere schon eben ausgewechselt. Der Papa hat ein schönes Mut nach Hilfe. Das ist ein Kammerlfühl. Und da schauen wir halt dann auch wieder nach, was wieder passen würde. Gibt es aber Dinge, wo du sagst, nein, das passt nicht zu uns? Also das ist in unserer Formation nicht bespielbar. Man kann es vielleicht umarrangieren, aber wo du sagst, nein, das wollen wir gar nicht. Wir wollen auf unsere Instrumentierung auch achten. Nein, das muss man schon beim Aufpassen bei der Stückeauswahl, dass das für unsere Instrumenter passt. Also alles können wir da nicht nehmen. Aber wenn man es jetzt schon so gut kennt, kann man da auch noch ein Stall frei. Also nur ein Instrument mit dazu, wäre das noch... Oder sagt sie, nein, wir wollen jetzt unter uns bleiben. Der Stall wartet immer noch auf. Also ich, nein, 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 ganz die schlechteste Zitterspielerin aller Zeiten. Wirklich wahr, wirklich wahr. Das ist... Aber ein Kontrabass zum Beispiel. Ein Kontrabass wäre noch was. Ich kann ja nicht alles zusammen spielen, ich kann ja bloß ein Instrument spielen. Okay, Lisa, das gängert schon. Spielst du ja eh schon so viel? Nein, einfach zu groß. Aber mit Volksmusikstum muss ich hier draußen, also ich meine, man ist ja jetzt nicht weit von München weg. Also man sagt, jetzt sind 20 Minuten bist du drinnen, gell? Aber so dieses, das haben wir jetzt schon gemerkt in dieser Woche, die Traditionen werden hier groß gepflegt. Ich hätte das von Brunthal nicht vermutet. Woher kommt das? Ist das so weitergegeben worden? Ja, ich glaube schon, dass wir einfach wirklich noch weg von der Stadt ein Dorf sind. Und ja, durch das, dass wir Albi schon einen Trachtenverein gehabt haben und einfach wir mehr, sage ich mal, Richtung Berge reinziehen, als wir in der Stadt. Was ja schön ist. Junge Leute da. Ja, die letzte beste Ankommission von Minger. Und na, unser Trachtenverein ist ja sehr aktiv und, also richtig, echt ein guter Trachtenverein. Und da sind viele Junge dabei, da sind ja auch da, die das Jugendleut da machen mit denen jede Woche zum Proben und Tanzen, Volksdienst machen, gell? Und die Kinder gefällt das und so kommt auch mal wieder Nachwuchs nach. Ja, die wollten mich gerade fragen, also man kann nicht schon sagen, ja wir machen das, aber weitergeben sollte das halt auch, dass die jungen Leute auch noch kommen. Das gehört schon dazu, ja. Ja, ja. Von Musikzinnen und Singern genauso. Im Trachtenverein wird das gefördert und von daher gesehen haben wir eigentlich schon noch, ja, kriegen wir noch traditionelle Musik und der Jugend noch, dass das nicht ausstirbt. Jetzt so vor Auftritten, oder wenn man dann doch einmal so sagt, jetzt zeigen wir uns einmal, wer ist denn da am ruhigsten oder nervöser Nervosität irgendwie vorhanden bei der? Nein, 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 immer, das wäre ja schlecht oder schlimm, wenn das nicht so war, nein, nein, das so. Und wenn man sich dann einmal vergreift, kommt ein besserer Blick von der Riesl rüber? Nein. Echt, okay, aber du hast so viele Auswahlmöglichkeiten. Aber ich glaube, wir geben uns dort weg, also einmal, ich ist der, der, der da. Ja, mit der Frist kommt man schon um, Junge, Peter, gell? Man könnte schon wegen ihm stoßen, was? Ja, ja, doch. Wenn man zu lange ohne Fehler spielt, dann machen wir ab und zu ein, dass wir wieder was zum Rennen haben. Oder wieder was zum Rennen, oder? Dass es authentisch wirkt, ja, genau. Das hört sich mittlerweile fast fehlerfrei auch, also ganz ehrlich, doch, und das gehört auch dazu. So, zum Schluss dieser schönen Sendung würden wir gerne noch was von der Brunthaler Stummose wahrnehmen. Peter, du darfst wie zuletzt auch jetzt das Wort führen, was wir hören, und zwar sitze ich mich da her und du darfst das sagen. Ja, jetzt spielen wir einen Walzer vom Sepp Kall, und das heißt der Andeltanz. Andeltanz. Andel, ja, Andel. Und ich sage Servus und lasse die wunderbaren Töne walten. Und ich sage Servus und lasse die wunderbaren Töne walten. Und ich sage Servus und lasse die wunderbaren Töne walten. Und ich sage Servus und lasse die wunderbaren Töne walten. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Brunntal. Wir wechseln auch Sie.